So, wir sitzen immer noch hier und warten auf besseres Wetter. Es ist glaube ich nicht mehr ganz so stark am Gewittern. Naja, wie man es nimmt. Wir werden von diesen Steinen verfolgt. Die rennen uns nach, die Steine. Das ist irgendwie ganz merkwürdig, wenn ich mich jetzt umdrehe. So, wir gehen mal ein Stück. Wir gehen mal da vorne zu dem Safe Point. So, da kann man auch direkt speichern. So. Jetzt kommen uns die Steine hier hinterhergerollt. Also die rennen uns nach. Dann ist das eben so. So. Hier brauchen wir... So war's da. Sehr schön. Und hier brauchen wir... Das unterste. Ah, ist schon. Okay. Hat schon ausgelöst den komischen Strahl. So, wo sind meine Freunde? Hallo? Steine hieß? Äh. Sind nicht mehr da. Okay. Und halt ohne Steine. Da ist eine Tafel. Schauen wir's mal kurz an noch. Da hinten ist auch irgendwas. Der Ort des Fütterns. Hier werdet ihr den Pfad des Gebens gehen. Hier werdet ihr die Wunden des Meeres heilen. Wenn der Pfad vollbracht ist, wird der Versunkene sich zeigen. Der Versunkene... Wer ist denn jetzt der Versunkene? Ja. Ja. Wülzen ist ja eh gut. Okay. Gehen wir mal nach vorne hin. Hier ist nix. Aber Mechanismus ist hier vorne. Boah. Alter Falter, ey. Was ein Scheißwetter, ey. Okay. Gehen wir mal weiter hier rund um die Insel drumrum. Dann blickt das Turmteil. Ich kann nur hoffen, dass wir nicht vom Blitz getroffen werden. Es fehlt nicht viel. Es knallt gleich und wir sind tot. Ach du Scheiße, ey. Ach du Scheiße. Geht hier Wasser. Wir gucken uns so lange den Hund an. Schau mal. Schau mal. Es gibt aber auch nichts, wo man sich hier verkrümeln könnte. Aha. Katze. Boah, ein Funkfeuer. Das nehme ich natürlich mit. Ehh. Ich weiß nicht, ob es besser ist, stehen zu bleiben oder ob wir weiterlaufen sollten. Und ich würde mich so gerne hier umschauen. In Ruhe. Ich will auch wissen, ob hier irgendwelche Papierseiten liegen, die ich lesen kann. Hier liegt auf jeden Fall das Turmteil. Das sacken wir mal ein. 11 von 17. So, und noch ein Funkfeuer. Nehmen wir auch mit. Hier ist noch ein Foto. Aha. Der kleine Schäber und, oder Prekkieshund. Nein, Quatsch. Boah, ey. Ey, hier ist gleich so was von tot. Der Blitz haut uns gleich so dermaßen eine rein. Oh, Mann. Aber hier liegen gar keine Seiten, habe ich so den Eindruck. Hier ist gar nichts. Boah, shit, ey. Ja, der Vulkan bricht auch noch raus. Ganz nebenbei. Gewitter reicht ja noch nicht. Wollen wir mal hier gucken. Ja, du willst nicht. Ich würde ja gern. Noch ein Fernfoto. Alter Schwede, ey. Oh, habt ihr das gesehen, wie nah das war? Hier ist. Hier, 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 hier. Können wir uns hier unterstellen. Können wir hier vielleicht trennen. Wegen Wetter. Scheiße. Hier geht's auch nicht. Doch, hier könnte es gehen. Okay. Hier können wir sechs Stunden schlafen. Ich hoffe, dann ist endlich besseres Wetter. Bitte lass das Wetter besser sein. Bitte lass das Wetter besser sein. Bitte hab keinen Safe Bug. Sehr schön. Sehr schön. Um ehrlich zu sein, ich würde ja am liebsten noch zehn Stunden schlafen. Weil es einfach so Spaß macht zu schlafen. Dann ist nämlich wieder Tag. Hoffe ich jedenfalls. Ich dachte, es hätte aufgehört. Das gibt's doch nicht, ey. Oh, was ein Scheißwetter. Was ein Scheißplanet. Man, oh, 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 oh. Na, wenigstens gewittert es nicht mehr. Es ist nur noch am Regnen. Wir werden dich nicht mitnehmen. Wir werden dich nicht mitnehmen. Wir werden dich nicht mitnehmen. Man, oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ah, oh, 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 oh. Na, wenigstens gewittert es nicht mehr. Da ist ja schon mal etwas Das geht ja dann noch So Wir brauchen das mit den zwei Dinger Den Und wir brauchen die neuen, die auf der Seite liegt Das zweite auch So Den haben wir auch Das Turmteil hatte ich eingesteckt Fünf Turmteile Das sind die letzten fünf Turmteile gewesen Zwölf von 17 sind schon dran Fünf haben wir in der Tasche Dann fehlt noch die Energiequelle Das ist das letzte Stück, was wir finden werden Und dann können wir endlich nach Hause funken zu den anderen Schiffen Und ich weiß auch, wo wir sind Kennt ihr noch diese Pyramiden, die da aus dem Wasser rauskommen? Auf der anderen Seite haben wir den Mechanismus umgelegt Und hier wurde dieser Laserstrahl abgefeuert Hier in dem, auf der Insel dann Das ist diese Insel hier Weil die Dinger kamen dann so einzeln so aus dem Wasser rausgeschossen Fünf, sechs, sieben Stück Apropos rausgeschossen Da kam auch gerade was rausgeschossen Hat mich beinahe erschossen Blödes Teil So Na ja, auf jeden Fall kamen da die Spitzen aus dem Wasser Der Reihe nach Und dann kam hier dieser Strahl raus Dieser weiße Laser Äh, grüne Laser Oder Plasmastrahl Was das auch immer war Und hat da sozusagen in den Himmel geschossen Oh, eine Blackbox Flugschreiber Sehr schön Das kann man auch gut gebrauchen Okay Dann mal weiter hier rum Ich höre die Rakete Ganz am Anfang von diesem Level In der letzten Folge Oder vorletzten Folge Ist die Rakete abgestürzt Das ist die Support-Rakete Die muss hier irgendwo liegen Ich höre die schon Da ist sie Operator Wend So, das Medi-Kit nehme ich mal mit Einen Platz haben wir noch frei Gerade mal schauen, ob hier irgendwas ist Ne Okay, dann müssen wir jetzt noch den letzten Turm da machen Oder was So wie ich das sehe Fehlt uns noch der hier Okay Okay, hier brauchen wir Drei nach oben Das dritte Von oben Okay Jetzt sind alle Türme miteinander verbunden Komplett Und ein Strahl Geht da oben hin Okay Heißt für uns Wir müssen jetzt wahrscheinlich auch da oben hin Boah Scheiße Oh, hauah Glück gehabt Die sind nicht ganz so schnell Die Dinger Okay Okay, der zielt jetzt da oben auf diesen einen Turm Dann gehen wir jetzt mal da hoch Und dann bin ich mal gespannt, was da auf uns wartet Und ich bin so drauf gespannt, wie dieses Spiel ausgeht Kann das kaum erwarten Ich habe dieses Spiel jetzt so durchgesuchtet Es ist echt unglaublich Zielpeilung abgeschlossen Erkunde So 44 Grad sind es hier Betrete das Tor Boah Alter Falter Krasse Sache Fleck des verbotenen Schrittes 3 So, jetzt will ich doch mal ganz kurz schauen Erkunde den Palast Geh hinab mit uns 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 Wir sollen den Palast erkunden Wir sollen den Palast erkunden Ach du Scheiße Ach du Scheiße Ach du Kacke Okay Wir müssen auf jeden Fall hier an dem Ding vorbei Ich würde ja gerne die Tafeln lesen Aber da landet gerade ein UFO Okay Das ist die 7 von 8 Das ist das hier die 8 von 8 Das hier müsste dann wahrscheinlich die 1 sein Entdeckt Entdeckt 14124 Galaktisch West Z0 vom Durch Oh Dieser Text manchmal Galaktisch West Z0 vom Flieger 0,3 Kilometer Durchmesser CN OFENI Basis Aktiver Zustand Umlaufgeschwindigkeit C200 Freundlich gesinntes Flugobjekt identifiziert Abfangkurs abgebrochen Kanonenberichte 2 von 8 Entdeckt 14234 Galaktisch Nord Z32 vom Flieger 0,1 Kilometer Durchmesser FENICR Basis Statischer Zustand Umlaufgeschwindigkeit C5000 Abfangkurs erfolgreich Entdeckt 14512 Galaktisch Nord Nord Ost Z07 vom Flieger 0,7 Kilometer Durchmesser FENI Basis Statischer Zustand Umlaufgeschwindigkeit C4200 Abfangkurs erfolgreich Oh Was ein Teil Was eine Kanone Entdeckt 14750 Galaktisch Nord Z0 vom Flieger 0,3 Kilometer Durchmesser NICR Basis Statischer Zustand Umlaufgeschwindigkeit C3421 Abfangkurs erfolgreich Boah ey Was ein Geschütz Ey Hoho Man kann sie von Deutschland direkt Bis nach Amerika Ballern Auf dem Teil Kein Eintrag 5 von 8 6 von 8 Auch kein Eintrag 7 von 8 Entdeckt 14971 Galaktisch Südwest Z11 vom Flieger 1 Kilometer Lange CNOF ENI Basis Aktiver Zustand Umlaufgeschwindigkeit C5 50 Was 500 Ne 5 Millionen Abfangkurs erfolgreich Entdeckt 1503 Galaktisch West Z20 Vom Flieger 3 Kilometer Durchmesser FENI Basis Statischer Zustand Umlaufgeschwindigkeit C3000 Abfangkurs erfolgreich Boah ey Meine Fresse Wenn du so ein Ding Im Garten stehen hast Ey Hammerhart Hammerhart Nach diesem Punkt Wirst du für einige Zeit Nicht zurückkehren Sieh zu Dass du vorbereitet bist 81 Grad Haben wir hier Willst du mich veräppeln Hier wirst du für einige Zeit Nicht zurückkehren Erkunde den Palast So Da unten ist scheinbar Das Raumschiff reingeflogen Okay Dann gehen wir mal hier rüber Schauen wir uns mal hier Gerade um Wollen wir hier noch Irgendwas entdecken Was uns irgendwo Weiter hilft Hier Da geht es ja auch noch Darunter Wie kommt man denn da hin Vielleicht kommt man da außen Später wieder hin Könnte auch sein Reminder Your survival Is of paramount Importance To the continued Existence Of mankind Sieh zu Dass du vorbereitet bist Deswegen ist hier auch Essen Und Wasser Wahrscheinlich Nehmen wir uns mal hier Die zwei leeren Flaschen So Wir haben genug Gegessen Wir haben genug Wasser dabei Wo geht es denn Dann hier runter Bitte Sieht einer Leiter Okay Also es geht Irgendwo hin Aber Keine Ahnung Wie weit Das da runter geht Also Hm Ich gehe mal noch mal Darunter Boah ist das hier warm 75 Grad Naja kein Wunder Hier ist alles voller Lava Ne Ob ich mich darunter Teleportieren soll Wie sind das hier außen Da hinten ist auch noch Irgendwie so ein Rad So ein Mechanismus Mit irgendwas Aber ich weiß nicht Wie ich da hinkommen soll Sieht so aus Als käme man da Ins Innere des Palastes Aber wo geht es rein Oder habe ich da hinten Irgendwo jetzt eine Tür Übersehen Die Eigentlich genau vor mir liegt Hier ist keine Tür Nix Okay Dann machen wir was anders Ich Schlaf gerade hier Eine Stunde Und dann schieße ich mich Mal da runter Und dann gucken wir mal Wo man da unten rauskommt So Errungenschaft freigeschaltet No sane person would do this Ja Jetzt bin ich gespannt Okay Ach du Scheiße So und ich glaube Wir stehen auf dem Ufo drauf Wir stehen tatsächlich Auf dem Ufo oben drauf 94 Grad 94 Grad Oh Oh Shit Okay. Geht noch. Noch halbwegs gut gegangen, aber wir stehen hier mitten zwischen der Lava. Scheiße. Ich weiß auch gar nicht, ob ich jetzt hier richtig bin, aber ich habe aber nichts anderes gefunden, ne? Und den Strahl, da sollte man wahrscheinlich auch nicht reingehen. Akt 6. Der Gläubige. So. Deswegen brauchen wir auch so viel Wasser hier. So, hier können wir auf jeden Fall mal speichern. Sehr schön. Meilenstein 1 von 5. Wendepunkt der Tiefe. Da oben. Huch. Da oben steht wieder einer. Dreht sich um und geht. 90 Grad, ey. Wollt ihr mich veräppeln? Alles voller Lava hier. Da sind zwei Tore, die sind zu. Okay, alles voller Fallen hier. Okay, alles voller Fallen hier. Also hier, ich finde hier auf jeden Fall mal keinen Mechanismus oder sowas. Das hier könnte irgendwie was sein, wo was hoch oder runter fährt. Sieht aus wie Schienen, so ein bisschen. Okay. Wendepunkt der Tiefe 2. Hier ist eine Tür und hier ist auch noch eine. Aber kein Mechanismus. Das sind die Richtigen. Die mal am Haken haben. Dann ist alles klar. So. Hier ist genug zu essen. Kerzen. Was ist das? Eine Wasserflasche. Oh, hier ist genug zu essen. Wie sieht aber spooky aus. Ach, die hat drei Liter. Dann nehme ich die mal mit. Und wir machen mal die mal voll. Wo war das Wasser? Ist das blöd? Hier hinten. So. Ähm. Okay. Aber wie kommen wir denn jetzt hier rein? Jemand eine Idee? Wie man da reinkommt. Ah, hier ist noch eine Tafel. Meilenstein 2 von 5. Endepunkt der Tiefe. Boah, ich latsche hier zwischen den Fallen rum. Ich habe keinen Mechanismus irgendwo gesehen. Dabei gucke ich schon immer so genau. Hier ist nichts. Das sieht alles so krass aus in diesem Game. Das sieht alles so krass aus. Das ist unglaublich. Ah, hier ist eine Leiter. Okay. Okay, warte mal. Wir gehen mal hier die Leiter hoch. Dann schauen wir mal, wo es uns hier oben hinführt. Da ist wieder der Kollege. Nicht wegrennen. Der geht immer weg. Okay. Erstmal zurückgehen hier oben. Alles durchsuchen. Schauen wir mal, ob wir hier irgendwas finden, was uns irgendwie weiterhilft. Aber hier scheint gerade mal gar nichts zu sein. Schade. Da müssen wir dem doch mal hinterher. So, aber die Tür ist zu. Und deswegen kommen wir hier nicht durch. Shit. 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 Also, hier war auch nichts. Also, hier war auch nichts. Hm. Langsam wird's schwierig. Hätte ja gern die zwei Türen hier aufgemacht. Da muss doch irgendwo ein Mechanismus für geben. Da ist ja auch noch was dahinter. Schauen wir mal hier rein. Was ist hier hinten irgendwo? Ne. Wie sind noch Wasserflaschen? Und hier muss ein Schlüssel rein? Oh. Oh. Hören wir mal keinen Schlüssel. Okay. Also, muss das alles irgendwo hier in dem Bereich verborgen sein. Kann ja nicht anders sein. Hier sind nochmal so zwei Killer Karpfen. Hm. Also. Das kann eigentlich nur hier hinter sein. Hier hinter irgendwo wird wahrscheinlich der Schlüssel liegen. Den wir da brauchen. Und. Wir müssen nämlich den. Boah. Kacke. 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 Boah. Jetzt hab ich einmal nicht aufgepasst. Blödes Ding. So. Einmal nicht aufgepasst. Über die Falle drüber getappt. Da sieht man noch meinen Fußabdruck. Ah. Zack. Kommt die Spitze daraus. Also. Nochmal. Wir brauchen einen Schlüssel für da rein. Wo ich von ausgehe. Der liegt entweder da oder hier hinter der Türe. Und für die zwei Türen finde ich keinen Mechanismus. Das ist jetzt die Frage wo der sein könnte. Wo könnte dieser Mechanismus sein. Waren schon oben. Oben haben wir auch nichts gefunden. Unten haben wir überall geguckt. Schwierig. 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 Vielleicht müssen wir auch weiter zurück. Vielleicht ist der Mechanismus hier hinten irgendwo. Wir sind komplett dran vorbeigelatscht. Ah. Hier geht's ja auch noch rein. Stimmt. Hier die Linger gibt's ja auch noch. Die Stangen hier. Die müssten auch noch irgendwann mal weg. Da. Da ist ein Mechanismus. Na Gott sei Dank. Die Daten sind gerade die Sicherheit. Einige zu unsererbiten? Untertitelung des ZDF für funk, 2017